Wer hat das Fuggerät? Ah, alles, Toni. Hast du Fug? Ja. Alles klar. Sehr gut. Komm mal zusammen. Sie dreht vor uns ein und kommt bei uns vorbei. Meine Damen und Herren, einzigartig in Hofheim. Jetzt kriegen Sie gleich Gänsehaut. Die U52 über Hofheim. Winken Sie alle! Ich hab den Saal. Ja, meine Damen und Herren, ich hab den Uwe auf. Es ist ein Uwe Schluck jetzt hier vom Flugtag in Benzheim. Extra für Sie. Wir haben das gerade kurz telefonisch aufgemacht. Haben gesagt, Uwe, kommst du vorbei? Er sagt, na klar, wir machen gleich einen Rundflug. Viertelstunde sind wir in der Luft und kommen hier bei euch vorbei. Extra für Sie, Uwe Schluck mit der U52. Danke, Marc. Das ist ja toll. Das ist gut. Danke. Vielen Dank.